Hallo, Thema Nummer 3. Wie hält der Humus das Meer sauber? Von den Seiten 42 bis 44. Jetzt erstmal der grobe Überblick wieder. Und zwar Punkt Nummer 1 ist, der Humus ist ein Stickstofffilter. Der sorgt dafür, dass Stickstoff in die Atmosphäre geht und nicht ins Meer. Dadurch verhindert er die Überdüngung vom Meer. Punkt 2. Der Humus ist ein Wasserspeicher und verhindert damit die Überflutung von Flüssen zum Beispiel und Städten. Das hat nichts wirklich mit Meer sauber halten zu tun, hat aber was mit dem Punkt Nummer 3 zu tun. Und zwar überdeckt der Humus den Dreck und verhindert damit, dass Dreck im Meer landen kann. Und Frage zum Punkt Nummer 1. Was, wenn der Stickstoff im Meer landet? Wie gesagt, da gibt es eine Überdüngung des Meeres. Das kann zur roten Meeresströmung führen und das kann dann zur blauen Meeresströmung führen. Was ich nachher nochmal genauer erklären werde. Und was, wenn der Dreck im Meer landet? Naja, der setzt sich dann irgendwann am Boden ab. Und vielleicht auch auf Pflanzen. Und wenn er auf Pflanzen sitzt, dann verändert er die Photosynthese. Und wenn er auf Steinen oder auf dem Boden sitzt, dann verändert er vielleicht, dass sich da ein anderer Lebensraum bilden kann. Soviel zu dem Überblick. Lasst uns in die Details gehen. Lasst uns in die Details gehen. Nicht immer leicht mit dem Sprechen. So, aber erstmal, was sehen wir hier? Wir sehen hier natürlich einen Baum. Den brauchen wir erstmal nicht so stark zu beachten. Wir sehen hier ist eine dicke Humusschicht. Dann haben wir hier eine dicke Schicht von anorganischen Verbindungen. Das steht so im Buch drin. Ich setze mal, das sind irgendwelche Steine oder feiner Sand mäßig was. Und hier, das soll ein Fluss sein. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, wie hält ihr jetzt das Meer sauber? Punkt Nummer 1. Stickstofffilter. Also wir wissen ja, durch die Landwirtschaft oder durch irgendwelche Phänomene landen irgendwelche Stickstoffverbindungen im Boden. und die würden normalerweise mit dem nächsten Regen in den Fluss gewaschen werden und dann im Meer landen. Aber der Humus benutzt das irgendwie und, keine Ahnung, zieht den Stickstoff raus. Steht nicht genau beschrieben. Jedenfalls schickt er sie in die Atmosphäre. Neuer Versuch ohne Kreuze. Schickt sie in die Atmosphäre und sorgt dafür, dass sie eben nicht, selbst wenn die Verbindungen jetzt im Meer landen würden, ist ja der Stickstoff nicht mehr drin. Und dadurch gibt es keine Überdüngung des Meeres. So, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben keine Humusschicht. Dann haben wir auch keinen Baum, weil da kann ja nichts mehr leben. Und dann sind hier, warum auch immer, diese Stickstoffverbindungen. Und dann gibt es einen Regen und dann wandern die beim nächsten Regen in den Fluss mit dem Wasser. Und über den Fluss dann ins Meer. Und dann gibt es ganz viele Nährstoffe im Meer und dann denken sich die Algenbohr geil, vermehren sich riesig und dann gibt es so eine, das nennt man rote Meeresströmung, zumindest im japanischen. Das Rot sind einfach nur Algen, die sich einfach vermehrt haben. Die sehen einfach rot aus in echt, sieht das Ganze dann so aus. Man kann hier oben ganz schön sehen, in was für einem Maßstab das steht, dass das wirklich riesig groß hier ist. Und hier sieht man einfach wie, das sieht aus wie Blut eigentlich. Vielleicht wurde auch ein Wal getötet. Aber gut, jedenfalls, das sind Pflanzen. Und Pflanzen brauchen oder verbrauchen Sauerstoff. Oder besonders diese verbrauchen auch Sauerstoff. Und irgendwann ist der Sauerstoff verbraucht, dann ist da kein Sauerstoff mehr da. Dann passieren ein paar andere Reaktionen und dann gibt es die blaue Meeresströmung. Die sieht in echt so aus. Man sieht hier auch ganz schön den Maßstab. Ich finde, das sieht super cool aus. Aber ist eigentlich nicht so cool, weil das ist im Grunde giftiges Wasser. Wasser, was da reinkommt, kommt meistens nicht wieder raus. Das muss es wohl auch immer mal öfters in Japan geben. Und dann gibt es halt auch ein riesiges Fischsterben mit dazu. Und das ist der Grund, weshalb wir die Humusschicht haben wollen. Damit der Stickstoff schön nach oben geht. So, Punkt Nummer zwei, Wasserspeicher. Nehmen wir an, es regnet. Dann kann der Humus das Wasser ganz gut speichern. Aber es wird ja trotzdem natürlich immer ein bisschen was mit abgewaschen. Ich habe das mal hier mit den zwei Tropfen dargestellt. Das heißt, es wird immer ein bisschen weniger Humus, wenn es jetzt regnet. Und das ist natürlich auch gewollt, wie wir ja im Thema eins schon gelernt haben. Weil dadurch ermöglichen wir den Pflanzen im Wasser zu leben. So, aber was passiert jetzt, wenn wir jetzt unsere Bäume alle abhacken? Zum Beispiel, weil wir einen Nutzwald haben und die Bäume zu Möbeln machen. Und dann wieder neue Bäume drauf pflanzen. Und die Möbel werden ja nicht zu Humus. Dann heißt das für uns, dass der Humus an dieser Stelle hier immer weniger wird. Und je weniger Humus wir haben, desto weniger Wasser trägt er. Und desto schneller trägt er sich ab. Weil ja immer mehr Wasser fließt in den Fluss. Und die Flüsse werden natürlich auch immer höher. Die werden so hoch, die stapeln sich schon. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt dann halt Überschwemmungen. Naja, und irgendwann ist es so wenig, da ist überhaupt kein Humus mehr da. Da fließt dann das Wasser direkt einfach nur ins Meer. Wir haben nur noch diese Dreckschicht hier unten. Aber auch hier nimmt das Wasser halt ein bisschen von dem Dreck mit. Und nimmt den Dreck mit in den Fluss. Und dann ins Meer. Und da setzt der Dreck sich natürlich ab. Und wo setzt er sich ab? Auf dem Boden, auf Pflanzen, überall. Und Achtung, jetzt mal auf die Pflanze gucken, bitte. Ja, ist ein bisschen grauer geworden. Setzt sich also auf der Pflanze ab. Zum Beispiel auf Kombu. Dann kann die Pflanze natürlich keine Photosynthese mehr machen. Und dann stirbt sie. Interessant bei der Sache ist, wir reden hier von einer Schicht. Nicht irgendwie zwei, drei Zentimeter, sondern ein paar Mikrometer steht in dem Buch drin. Also wirklich nur ganz dünne Schicht. Und dann stirbt der Kombu. Ansonsten setzt der Dreck sich noch auf Muscheln ab. Ich habe es versucht, ein bisschen gräulich zu machen. Die sterben dann wohl auch. Und er setzt sich auch auf Steinen ab. Und wenn er auf Steinen sitzt, dann ist es ungefähr so, wie wenn man versucht, Tesafilm auf einen Sandboden zum Beispiel zu kleben. Das geht ja auch nicht. Wenn dann nämlich jetzt hier eine Spora ankommt, die will sich da draufsetzen. Aber da ist ja überall so staubliches Kram und so staublicher Kram drauf. Und dann fällt sie einfach nach unten und kann sich dann nicht bilden. Also die Pflanzen finden auch keinen ordentlichen Lebensraum mehr. Und wie gesagt, das passiert, weil dieser Dreck hier ins Meer fließt. Und das wollen wir nicht. Das ist, wovor der Humus uns beschützt. Und deswegen wollen wir, dass da Humus ist. So, das war es soweit hierfür. Vielen Dank fürs Schauen. Kommentare und Fragen einfach in die Kommentare. Punkt.